Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zum TechGlock für den August 2021. Es ist wieder Zeit, es sind vier Wochen vergangen, dementsprechend müssen wir uns wieder über den Kanal unterhalten. Das, was letzten Monat passiert ist und das, was uns jetzt hier im August 2021 erwartet. Naja, würde ich sagen, ihr lehnt euch jetzt auf jeden Fall zurück, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich lege los. Wenn wir uns den Juli 2021 so anschauen, haben wir jetzt ja nicht, ich sag mal, den Überflieger gehabt. Es war so ein klassischer Sommerlochmonat, sieht man jetzt ja auch aktuell bei der TechNews, dass da die Themen eher, ich sag mal, relativ sachte sind. Zwei, drei gute Themen und dann war es das. Das wird sich jetzt, denke ich mal, ich schätze mal so bis zum September auch irgendwann wieder einpegeln, wenn dann so langsam aber sicher die Weihnachtsmänner im Regal stehen. Auf jeden Fall, wo wir jetzt drüber sprechen, ist es das, was im Juli auf jeden Fall ja ganz groß passiert ist und das sind 11.000 Abonnenten. Wir sind ja jetzt schon fast bei 11.200 Abonnenten. Das ist ja schon krass, vor allem wie schnell jetzt in den letzten Wochen diese zusätzlichen 200 Abonnenten noch dazugekommen sind. Und ja, auf jeden Fall muss ich da an dieser Stelle sagen, dass ich ja immer noch damit beschäftigt bin, zu realisieren, dass wir jetzt im Zehntausender-Bereich sind, also dass wir im fünfstelligen Bereich sind. Und jetzt sind es ja schon 11.200 und ja, unglaublich. Und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich das PlayStation 5 Video, dieses Recap-Video hochgeladen habe, Meinung zur PlayStation 5 nach drei Monaten. Darüber sprechen wir ja gleich nochmal. Da habe ich auch gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall dann die Resonanz da. Das Video hat auch relativ viel zu dem Kanal beigetragen, hat viel hinzugefügt. Auch das Review zum Sony A90J und so weiter. Und ja, ich kann einfach nur sagen, da stehe ich davor und bin einfach nur fasziniert und geflasht und motiviert weiter an diesem Projekt zu arbeiten. Auf jeden Fall heiße ich alle herzlich willkommen hier auf techtraxer.de zu 11.000 Abonnenten. Ein Thema, was mich im Juli 2021 sehr beschäftigt hat, war das Thema rund um die Zukunft der Streams. Die Discord-Community weiß ja prinzipiell schon Bescheid, um was es geht. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr damit beschäftigt, wie wir das mit den Livestreams weitermachen können. Hintergrund der Geschichte, es geht um die neue Urheberrechtsreform, welche jetzt ab dem 1.8.2021 quasi an den Start geht. Die neuen Urheberrechtsgesetze, die ja diesen bösen Upload-Filtern und so weiter quasi unumgänglich machen. Es gibt da zwar noch einige rechtliche Diskussionen zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Es kann auch sein, dass das alles vielleicht noch gekippt wird, aber die Wahrscheinlichkeit geht eigentlich gegen Null. Und da habe ich jetzt im Juli 2021 relativ viel Zeit damit verbracht, um zu überlegen, wie wir jetzt an dieser Sache weitermachen. Denn meine Livestreams, die ich jetzt hier seit Januar 2019 auf dem Kanal TechTracks HD und jetzt zum Schluss auf TechTracks HD live gebracht habe, waren ja Plauderrunden, Laber-Streams, wo wir nebenbei, keine Ahnung, Super Mario Sunshine oder Mario Kart oder was auch immer, gespielt haben. Und diese Streams hatten immer Urheberrechtsprobleme. Es war immer so, wenn wir diese Streams durch hatten, dass diese Streams Urheberrechtsclaims bekommen haben. Und dazu habe ich mich dann jetzt ja im Juli dazu entschieden, die sämtlichen Aufzeichnungen dieser Streams zu löschen, da ich einfach kein Risiko eingehen wollte, weil ich schon des Öfteren jetzt auch gelesen habe, dass manche Leute ihre Kanäle verloren haben, weil der YouTube-Algorithmus da schon gegebenenfalls gegriffen hat. Und dafür ist mir dieser Kanal hier doch sehr wichtig und ich möchte halt einfach generell diesen Kanal weiter behalten. Und dementsprechend habe ich diese Streams von meinem Kanal runtergelöscht. Die waren generell nicht gelistet, aber das interessiert den YouTube-Algorithmus ja sowieso generell nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie machen wir denn da jetzt weiter? Weil die Streams waren ja schon ein wichtiges Gut hier auf dem Kanal. Da haben wir auch immer viel Spaß mitgehabt, wenn es auch, keine Ahnung, auch um die Neverending Challenge geht, die wir immer gemacht haben. Und da war ich natürlich schon ein bisschen am strugglen und am überlegen, ja, wie mache ich das generell weiter, sodass es auch mit dieser ganzen Urheberrechtsgeschichte konform geht. Und hier auf YouTube weiter zu streamen in dieser Form ist für mich ausgeschlossen. Kann ich leider so nicht mehr weitermachen. Das Risiko ist mir zu groß, weil dann hätte ich diese Livestream-Aufzeichnung auch lassen können, letztendlich. Und meine Überlegung ist jetzt, dass wir mit diesen Tech-Plauder-Runden-Streams, die werden dann wahrscheinlich anders heißen, wir werden das auch alles ein bisschen noch, ja, das Kind etwas umbenennen, wenn man es mal so sagen darf, auf Twitch weiterführen. Ich habe mich mit Twitch jetzt persönlich jetzt noch nicht weiter auseinandergesetzt, habe ich noch nicht die Zeit gehabt. Der Plan ist aber auf jeden Fall, dass wir dann auf Twitch umziehen mit diesen Plauder-Runden-Streams, mit diesen Gaming-Streams, weil ich denke, das ist die Plattform, wo wir dann am wenigsten Probleme haben werden könnten. Und dieser ganze Content passt auch ein bisschen besser auf Twitch. Wenn jetzt mein Twitch-Kanal online ist und das alles irgendwie seine Wege geht, dann werde ich natürlich dazu noch mal ein separates Video machen und euch natürlich den Twitch-Kanal verlinken. Wie geht es jetzt hier auf YouTube, also auf Tech-Prax HD und Tech-Prax HD Live weiter mit den Livestreams? Hier wird es so sein, dass auf dem Hauptkanal, beziehungsweise auf dem Zweitkanal, je nachdem welcher Inhalt es ist, schon Livestreams kommen werden. Dazu kann ich aber jetzt noch nicht genau sagen, wann und wie wir das alles umsetzen. Aber es werden Livestreams kommen, die jetzt nicht unbedingt was mit Gaming zu tun haben. Weil das wäre dann ja totaler Nonsens. Was wir hier machen werden, was mir so als Idee im Kopf schwebt, wären Q&A-Streams zu bestimmten Themen, die zum Kanal passen. Bedeutet, kann ich vielleicht mal machen, so eine Live-Kaufberatung rund um OLED-Fernseher oder sowas. Live-Kaufberatung rund um Ultra-HD-Blu-Ray-Player, Audiosysteme und so weiter. Wo wir hier so einen 45-Minuten-Stream machen, direkt hier im Studio. Und wo ihr mir eure Fragen stellen könnt und ich versuche live darauf zu antworten. Ich denke, das ist ein passendes Stream-Format für diesen Kanal. Das könnte ziemlich interessant werden. Ich hatte jetzt eigentlich auch schon vor, hier im Juli so ein Pilotprojekt damit zu starten und so einen Livestreamer zu machen. Aber mein Zeitbudget hat mich da leider etwas eingeholt, sagen wir es mal so. Und mich daran gehindert, das zu machen. Aber auf jeden Fall habe ich vor, dass jetzt... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im August schaffe. Muss ich gucken. Also jetzt im August sieht es eigentlich etwas entspannter aus als im Juli. Aber ich muss schauen, wie ich das jetzt umsetze. Ich habe ja auch schon von euch im Discord öfter gelesen. Ja, TechTracks oder Markus, wann bringst du denn endlich mal wieder einen Gaming-Stream? Wann können wir wieder Plauderrunden machen? Das verstehe ich. Und da will ich natürlich auch das wieder an den Start bringen. Und daher glaube ich erstmal, dass ich mich mit Twitch auseinandersetzen werde. Aber wie gesagt, zum Thema Twitch werden wir dann nochmal ein separates Video bringen. Und dort werde ich dann auch noch alles genauer erklären. Ja, und damit haben wir die großen Themen jetzt hier im Juli 2021 schon abgehakt. Jetzt kümmern wir uns langsam um den August. Und da ist es jetzt effektiv schon. Wir haben jetzt mit den Twitch-Streams und diesem ganzen Twitch-Thema, Stream-Thema, ja schon ein bisschen in den August geschaut. Was jetzt hier im August noch generell passiert, ist eigentlich nur, dass ich mir noch einen kleinen Urlaub genehmige. Ende des Monats wird es so sein, dass ich in den Urlaub gehe. Und dort werde ich dann in der Zeit keinen Tech-News bringen. Das wird so der große Punkt sein. Ich werde Videos vorproduzieren, die dann in diesem Urlaubszeitraum sein werden. Es kann nur sein, dass der Tech-Log für den September entweder eine Woche früher kommt oder eine Woche später, weil da ist direkt, ja in dem Zeitraum, wo ich Urlaub habe, ist dieser Tech-Log eigentlich am Start. Und da wird wahrscheinlich da nicht möglich sein, dass ich diesen Tech-Log aufnehmen kann. Dementsprechend, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, so ab dem 23. August werde ich dann so ungefähr für zwei Wochen in den Urlaub gehen. In der Zeit wird es dann auch keine Livestreams geben und keine Tech-News. Wie das jetzt genauer noch abläuft und ob da vielleicht noch etwas ist, was ihr ganz wichtig wissen solltet, werde ich dann im Community-Tab sowie auf Discord bekannt geben. Okay, das war jetzt so das ganz Große, was jetzt hier im August ansteht. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Videos vom letzten Monat an, was wir quasi hier auf dem Kanal so erlebt haben. Das Erste, was ich bei mir auf der Liste habe, ist ein, ich sag mal, spontanes Zwischending-Video, was ich ja gar nicht geplant hatte, im letzten Tech-Log zu bringen. Und da spreche ich von dem Bildeinstellungsvideo zum AGC1 OLED-TV rund um das Thema Dolby Vision Gaming 120Hz. Da habe ich mich ja sehr spontan zu entschieden, das Thema zu bringen, da AG ja das Update für die AGC1 und G1 OLED-Geräte herausgebracht hat, um mit der Xbox Series X bzw. Series S dann in Dolby Vision mit 120Hz daddeln zu können. Da hatte ich auf dem Zweitkanal ja schon ein kleines Video veröffentlicht, so ein bisschen meine Meinung, ein bisschen mein, ja, ja, mein Eindruck, kann man vielleicht sagen, zu diesem Dolby Vision Thema schon kundgetan habe. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt bringst du spontan ein Bildeinstellungsvideo, da da auf jeden Fall noch ein, zwei Schrauben gedreht werden mussten. Ja, und das Video war auf jeden Fall wieder richtig an dieser Stelle und hat auch wieder richtig den Zahn getroffen, den ich zertreffen wollte. Und mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Und auch was mit dem AGC1, da haben wir jetzt das Review-Video auch gehabt, da komme ich auch gleich noch zu, mit dem Dolby Vision Thema. Da werde ich natürlich Dolby Vision 21Hz mit in das Bildeinstellungsvideo verarbeiten. Das nächste Video, was wir jetzt hier im Juli 2021 hatten, war rund um das Thema der OneMore Comfort Buds Pro In-Ear Wireless-Kopfhörer. Ja, das war ein Video, was tatsächlich unter meinen Erwartungen angekommen ist. Das Video ist ja mit das schlechteste Video, was wir jetzt in diesem ganzen Jahr hatten, von den Aufrufen her. Ich glaube, das Video ist jetzt, glaube ich, drei Wochen online oder vier Wochen online und es hat gerade mal 170 Aufrufe oder 190 vielleicht jetzt, wenn wir Glück haben. Und das ist natürlich weit unter der Statistik, die wir jetzt hier auf dem Kanal normalerweise erfahren. Ich bin da tatsächlich etwas irritiert, und da normalerweise ja Kopfhörer und so weiter hier auf dem Kanal immer gerne gesehen werden und immer gerne angeschaut werden. Ich denke, vielleicht liegt es daran, dass dieser Hersteller OneMore nicht so bekannt war. Ich meine, es war ein Product Placement. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Schade nur, dass der Anklang da nicht so gefunden hat, generell bei den Aufrufzahlen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch ja mal anschauen. Es ist ein sehr schönes Video und vielleicht habt ihr da ja ein oder zwei Interessen. Im Verhältnis zu dem Comfort Buds-Video kam ja, das PlayStation 5-Video meine Meinung nach fünf Monaten wesentlich besser bei euch an. Also da habe ich ja voll ins Schwarze getroffen. Da ist mir aber auch aufgefallen, dass euch diese Recap-Reviews richtig gut gefallen. Da habe ich ja einige Kommentare gelesen, wo drin stand, kann ich gerne öfter so machen? Kann ich noch mehr solcher Videos bringen? Sollte ich auf jeden Fall beibehalten, habe ich ja sehr oft gelesen. Und das freut mich ehrlich gesagt, da es für mich auch sehr wichtig ist, einfach mal so eine Resonanz zu fahren. Einfach mal zu sagen, okay, bin ich jetzt noch der gleichen Meinung wie vor drei Monaten? Ist mein Review wirklich das, was dann letztendlich auch so nach einer langen Zeit gesagt werden kann? Und das finde ich sehr gut, dass das bei euch ankommt. Da habe ich ja wie gesagt von euch sehr viel positives Feedback bekommen, wo drin stand, ja, TechTracks, das kannst du auf jeden Fall öfter so machen. Werde ich jetzt auch auf jeden Fall so fortsetzen. Wenn wir jetzt gleich über die August-Videos sprechen, werdet ihr wieder so ein Video sehen, wo ich über eine vergangene Review wieder ein Langzeit-Review machen werde. Ja, was die hochkarätigen Videos angeht, geht es jetzt ja quasi Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir das Review-Video zum Sony A90J, der nette Fernseher, der hier im Hintergrund steht. Das Video hat ja enorm viel Zeit genommen, was die Produktion angeht. Da habe ich ja mir einige Wochen für Zeit genommen, um diesen Fernseher zu bewerten. Genauso mit dem G1, wie gesagt, da kommen wir ja gleich noch zu. Und da ist mir auch aufgefallen, dass jetzt mal unabhängig von dem ganzen AG-Thema, was wir ja auf meinem Kanal sehr ausführlich fahren, auch andere Geräte genauso Anklang finden bei euch, wie jetzt generell die, ich sage mal, die hochgelobten AG-OLED-Fernseher. Und das finde ich sehr schön, dass ich da auch mich ein bisschen, ich sage mal, breit gefächerter positionieren kann. Und dass ihr genauso sagt, okay, das Video ist geil, ich finde das super und ich finde es auch schön, dass du vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand schaust. Ist bei mir natürlich so eine Sache. Ich muss mich ja immer ein bisschen entscheiden, welches Produkt ich mir dann organisiere, um das dann zu testen. Und da aber mir ja keinerlei Werbe-Placement zustande kommt, keinerlei Product-Placement, sondern ich mir ja diese ganzen Produkte irgendwie entweder miete oder kaufe. Genauso wie jetzt auch mit diesem Sony Ultra D-Blue-Rail-Player, den habe ich mir jetzt ja auch gekauft. Und da muss ich immer entscheiden, okay, nehme ich dieses Produkt oder nehme ich dieses Produkt? Was hat dann letztendlich mehr Resonanz, mehr Anklang bei euch, auch bei den YouTube-Algorithmen, als das andere Produkt? Und das ist für mich immer da eine ganz wichtige Sache, weil ich auch öfter immer lese in den Kommentaren, Ja, super, kannst ja gerne öfter noch von diesem Produkt und diesem Produkt und diesem Produkt. Würde ich alles unfassbar gerne, selbstverständlich. Würde ich am besten alle Fernsehgeräte, die es gibt, durchtesten. Aber das gibt da zwei kleine Problemchen. Problemchen 1 ist ja das, was ich eben schon angesprochen habe. Da ich ja alles selbst finanziere, ist dann irgendwann auch der Brunnen leer und auf Platz 2 ist da die Zeit. Also so ein Review jetzt von diesem Sony-Fernseher beispielsweise, das hat mich drei Wochen gekostet, um da überhaupt eine adäquate Antwort zu liefern. Ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, okay, mein Fazit nach fünf Tagen, da kann ich jetzt, würde ich nie hinterstehen können, das zu sagen, okay, der Fernseher ist jetzt gut oder schlecht. Da muss ich mich schon ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Und dann, wenn ich das jetzt so machen würde, von allen möglichen Herstellern, um die Fernseher zu testen oder die Geräte zu testen, dann würde wahrscheinlich die Produktion der einzelnen Videos noch mehr Zeit brauchen. Und da müsstet ihr noch länger warten auf die Videos. Und ich denke, da haben beide Seiten jetzt nicht unbedingt den Vorteil von. Was ich jetzt vielleicht in Zukunft machen kann, das habe ich jetzt ja schon ein bisschen ausprobiert mit diesem Sony Ultra D-Bluray Player, dass ich Umfragen starte, wenn ich jetzt so eine kleine Auswahl habe, was ich denke, das könnte ich testen, dass ihr dann einfach entscheidet, welches Produkt ich mir dann organisiere, um dann vielleicht auch ein bisschen da die Community-Arbeit voranzubringen. Ich denke, dass es könnte vielleicht unter Umständen ein guter Kompromiss sein. Auf jeden Fall zum Sony A90J-Review-Video. Das war ja ein richtig schönes Video, das kann ich einfach nicht anders sagen. Also das war auch das erste große Review oder erste große Video, was ich hier in diesem neuen Studio produziert habe. Und da habe ich auch schon gemerkt, wie viel einfacher und entspannter das einfach hier in diesem Studio ist, als früher in meinem alten Studio. Also da hatte ich zwar auch einige Möglichkeiten, aber da war das immer alles sehr auf einer Stelle fokussiert und auch konzentriert. Und hier habe ich einfach die Möglichkeiten, random mich irgendwo im Raum zu stellen und dann einfach die Kamera anzuschmeißen. Das gibt mir viel mehr Flexibilität, macht es viel mehr einfacher und die Videos wirken dadurch auch wesentlich professioneller. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass euch das Sony A90J-Review gefallen hat. Ja, zwischen dem Review des A90J und des AG G1 habe ich ja so ein kleines Filler-Video dazwischen gepackt, wo ich auch gedacht habe, darüber können wir einen zweiten Teil bringen, da der erste Teil ja richtig gut angekommen ist. Wovon spreche ich? Von dem Tech-Pickups-Video Filme, die ihr auf Ultra, die Blu-ray sehen solltet, Teil 2. Da habe ich ja unter dem ersten Teil ja schon von euch sehr viele Kommentare bekommen, wo drin stand, mach mal bitte davon einen zweiten Teil, würde ich gerne mehr von sehen. Und da ich ja noch ein relativ, ja, ich sag mal, facettenreiche Blu-ray-Sammlung habe, ist das für mich natürlich in dem Fall gar kein Problem, da mal eine schöne Auslese rauszusuchen von Filmen, wo ich denke, das sollte die auf 4K Blu-ray mal gesehen haben. Und auch der zweite Teil hat die gleiche Resonanz wieder, wo drin stand, jo, mach mehr davon, mach ich gerne, das Video, dieses Video-Format wird aber jetzt halt, ich denke mal, so einmal im Monat oder alle anderthalb Monate mal kommen, da ich da ja schon auch ein paar Blu-rays zusammensammeln muss und auch ein bisschen gucken muss und ein bisschen schauen muss, welche Filme ich euch da auch wirklich wärmstens empfehlen kann. Und diese Empfehlungen, die ich da ja letztendlich bringe, sind ja rein auf die Technik bezogen. Das hat jetzt nicht unbedingt primär damit was zu tun, ob der Film jetzt super toll in der Story ist oder so, und dann geht es primär um die Technik, da wir hier auch auf einem Technik-Kanal sind. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass dieses Tech-Pickups-Format jetzt endlich seinen, ich sag mal, seinen Weg gefunden hat, seine Stimme gefunden hat, um richtig zu funktionieren auf dem Kanal. Zu Beginn des Jahres, als ich das Format ja eingeführt hatte, war das ja eher so ein stotterndes Format, was mal etwas über 100 Aufrufe hatte. Jetzt bewegen wir uns ja schon fast an die, das müssten wir jetzt bei dem neuen Video um die 600 haben. Das erste Teil ist ja schon weit über 1000 und ja, da merke ich auf jeden Fall gut, das scheint der richtige Weg zu sein. Ja, und den Juli 2021 hat ja dann das Review zum AG G1 Evo OLED-Fernseher abgeschlossen. Ich muss jetzt hier gezwungenermaßen in der Vergangenheit sprechen, da das Video noch gar nicht veröffentlicht wurde zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber wenn ihr dieses Video hier seht, ist das Video schon online oder beziehungsweise für die Tech-Supporter-Plus-Mitglieder verfügbar. Das müsste, nee, es müsste schon ungefähr zeitgleich kommen. Auf jeden Fall kann ich natürlich noch nicht viel dazu sagen, wie bei euch das Video angekommen ist. Ich kann nur von dem Community-Tab aus sagen, da hatte ich ja auch schon einen Post gepostet bezüglich diesem Review-Video und da ist mir schon aufgefallen, okay, ihr seid da schon ziemlich geirig drauf, dass das Video endlich online geht. Bei mir ist es immer so, Videos kommen immer zu einem bestimmten Tag, bestimmten Zeit online, um halt einfach auch den Algorithmus zu gewöhnen und halt auch einfach dem YouTube-Algorithmus die Zeit zu lassen, das Video richtig zu prüfen, was Urheberrechtsprobleme angeht. Ich erinnere mich noch an das AGCX-Video von 2020 zurück. Da habe ich das nicht so gemacht und hatte Urheberrechtsprobleme und musste das Video irgendwie bearbeiten, nachenträglich. Und diesen Fehler mache ich einfach nicht mehr. Und seitdem möchte ich einfach die Videos schon vorher hochgeladen haben, fertig editiert haben und dann möchte ich dem Algorithmus einfach ein bisschen die Zeit lassen, da durch die Datenbank zu huschen. Auf jeden Fall, das Video ist ein, so wie ich es bewerten kann, auf jeden Fall ein Crème de la Crème-Video, ein Video mit fünf Sternen. Also das sieht sehr schick aus, skripttechnisch muss ich auch sagen, möchte ich mich fast nicht selbst loben, aber ist sehr gut getroffen und ich muss auch sagen, dass der Fernseher an sich doch tatsächlich sehr, einige Überraschungen parat hatte, was negativ und positiv angeht. Und vor allem, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn mit dem Sony A90J auch einfach ein bisschen in die Parallelrele zu stellen und einfach zu vergleichen. Ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt, wie euch das Video zum AGG1 Evo gefällt. Es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall einer der Videos des Jahres 2021. Okay, genug geredet von der Vergangenheit, gucken wir jetzt in die Zukunft und schauen, was uns jetzt hier im August 2021 erwarten kann. Ja, hier ist es jetzt so, dadurch, dass ich jetzt ja auch zum Ende des Monats in den Urlaub gehe, kann ich nicht alles genau sagen und versprechen, was jetzt hier auf dieser Liste kommt, ob das dann auch wirklich in diesem Zeitpunkt kommt. Das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. Ich versuche, das alles zu produzieren, irgendwie unterzubringen, dass wir das noch veröffentlichen können. Es sind keine Videos jetzt, die unbedingt ein, ich sag mal, sehr viel Vorproduktion benötigen. Das sind Videos, die ich doch relativ gut einfach produzieren kann, aber während der Produktion doch relativ viel Zeit benötigen. Und wovon spreche ich? Auf jeden Fall fangen wir erst einmal an mit dem Video, was auf jeden Fall kommen wird. Und das ist das Recap Review zum AGG C1 OLED TV. Ich hatte ja eben schon erwähnt bei dem PlayStation 5 Video, dass diese Recap Reviews, diese Langzeit Reviews euch ja sehr gefallen. Und dadurch habe ich mir ja gleich gedacht, okay, jetzt habe ich den C1 bereits schon zurückgeschickt. Der steht bei mir nicht mehr, aber ich habe vorher noch mal ein kleines Langzeit Review produziert. Meiner Meinung nach drei Monaten. Und dieses Video wird jetzt hier sehr bald erscheinen. Das ist schon fertig produziert. Ich warte nur noch auf den richtigen Moment, wo ich es veröffentlichen kann. Ein weiteres Video jetzt hier bei mir auf der Liste, was jetzt auch schon fertig produziert ist, ist ein Video rund um das Thema Xbox Cloud Gaming. Da habe ich einen kleinen Tech-Test produziert, um so ein bisschen meine Meinung zu bilden, rund um das Thema Cloud Gaming. Und Xbox Cloud Gaming hat mich da sehr fasziniert, da Microsoft ja vor einigen Wochen für die iOS-Geräte und iPadOS-Geräte quasi den Zugang gewährt hat, beziehungsweise die Implementierung abgeschlossen hat. Womit wir dann natürlich auch jetzt bei mir persönlich als iOS-Benutzer die Möglichkeit haben, über das Xbox Cloud Gaming zu verwenden. Und das hat mich natürlich dann gecatcht, weil ich ja auch schon ein kleiner Fan langsam von der Xbox geworden bin. Vor allem die Xbox Series X und so ist ja doch ein recht interessantes Gerät. Und da dachte ich mir, okay, unter dem Bezug der Erfahrungen, die wir jetzt die letzten Monate mit der Xbox und so weiter gesammelt haben, versuchen wir mal darüber, über das Xbox Cloud Gaming mal ein Video zu produzieren. Das Video könnte sein, dass das diese Woche noch online geht. Das ist so ein Zwischending-Video, was ich außer der gesamten Reihe einfach veröffentlichen werde. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr da sozusagen habt und vor allem, wie eure Meinung zum Xbox Cloud Gaming dann letztendlich ist. Ein weiteres Video, was jetzt im August 2021 auf jeden Fall erscheinen wird, ist das Bildeinstellungsvideo zum Sony A90J. Da habe ich jetzt auch schon einige Nachfragen von euch bekommen. Ja, Markus, wann sieht es denn endlich aus? Wann bringst du das Video? Leute, ich bin dabei. Ich bin voll am Orgeln. Der Fernseher steht ja hier noch und ich werde jetzt die Produktion beginnen. Da ist es halt nur so, diese Produktion von so einem Bildeinstellungsvideo ist doch schon recht aufwendig. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem Review-Video. Review-Videos, die brauchen ja drei, vier Wochen. Aber hier muss ich ja die richtig guten Einstellungen treffen. Ich muss mich da nochmal hinsetzen, nochmal alles ganz genau anschauen, nochmal alles genau ausloten und dann mich dann quasi hinsetzen und dann das genau und einfach rüberzubringen. Das ist gar nicht so einfach. Das sieht in den Videos relativ einfach aus, aber das ist gar nicht so simpel, diese Bildeinstellungen so richtig schön kompakt rüberzubringen. Ich meine, wenn wir uns das AGC1-Bildeinstellungsvideo anschauen, das ist eineinhalb Stunden lang und ich versuche ja nicht größer zu werden, was diese Videos angeht. Ich möchte ja nicht, dass die Videos irgendwann drei Stunden lang werden. Das wird meine Stimme wahrscheinlich letztendlich auch irgendwann nicht mehr aushalten und da versuche ich immer einen Weg zu finden, das so komprimiert wie möglich zu bringen. Das Bildeinstellungsvideo zum Sony A90J wird definitiv jetzt hier im August erscheinen. Dann habe ich noch ein Video, was bereits vorproduziert ist, was ich so ein bisschen im Backup halte, falls ich mal mit einem Video etwas länger brauche in der Produktion. Und da spreche ich von dem Tech-Pickups-Video, nicht Filme, die ihr auf Ultra-HD-Blu-ray gesehen haben solltet, sondern das ganz klassische Tech-Pickups, wo ich euch meine Neuankömmlinge in der Sammlung zeige. Da habe ich tatsächlich jetzt wieder einige Ultra-HD-Blu-rays und Blu-rays und Games zusammengesammelt und habe da wieder ein schönes Video produziert. Das Video kommt auch jetzt hier im August auf jeden Fall. Wann? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es ein Urlaubsvideo wird. Mal schauen, wie ich das letztendlich dann in Hand habe, aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Auf meiner Liste habe ich jetzt noch zwei Videos stehen, wo ich noch nicht weiß, ob ich es schaffe, die jetzt hier im August 2021 zu produzieren und dann logischerweise zu veröffentlichen. Einmal ist die Rede von dem Review-Video zum Sony UBP-X800M2. Das ist ja das Gerät, wo ich ja letzte Woche diese Abstimmung gestartet hatte. Und da muss ich natürlich mir noch ein bisschen Zeit lassen, den zu testen. Damit fange ich jetzt auf jeden Fall an, sodass ich dann gut Material habe, aber ich weiß halt nicht, ob ich es schaffe, das Video hier im August zu produzieren. Könnt ihr die Daumen drücken, dass ich es schaffe, so dass wir dann vielleicht im Urlaub ein schönes, dickes Review-Video haben. Das andere Video, was ich jetzt hier auf der Liste habe, ist das Bildeinstellungsvideo zum AGG1 EVO-OLED. Das Review-Video ist ja jetzt erst veröffentlicht worden. Da lasse ich mir immer ein bisschen Zeit, meistens so um die vier bis fünf Wochen, bis dann das Bildeinstellungsvideo kommt. Und dementsprechend wird es so sein, dass dieses Video vielleicht jetzt schon im August produziert wird, wenn ich die Zeit dafür habe, oder halt dann das erste Video ist, welches ich nach meinem Urlaub produziere. So in etwa ist die Planung rund um das Bildeinstellungsvideo zum AGG1. Ja, und damit sind wir am Ende des Techlog für den August 2021 angekommen. Und ihr seht ja schon, dass ich wieder einige Dinge im Ofen habe, die ich vorbereitet habe, die ich veröffentlichen möchte, wo ich wieder einen riesigen Plan habe, um den August oder diesen Monat jetzt wieder zu gestalten. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf, wie ich mich drauf freue. Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich ein Video veröffentliche, wo ich sehr viel Zeit reingesetzt habe, wo ich sehr viel Liebe reingesteckt habe, und dann letztendlich auch einfach, ja, gespannt bin, was ihr dazu sagt. Ich freue mich, wie gesagt, schon sehr darauf, die weiteren Videos zu veröffentlichen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie gesagt, was ihr zu dem G1-Video sagt. Das ist ja, wie gesagt, einer der Videos, wo ich auch wieder tausend Stunden geführt dran rumgeschraubt habe, um dass es perfekt wird am Ende. Ja, ihr könnt jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so für Gedanken habt, was man vielleicht noch so machen könnte, worauf ihr euch freut. Und ja, könnt einfach vielleicht, wenn ihr wollt, noch so eure Gedanken niederschreiben. Ansonsten würde ich sagen, gebt dem Video hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid dieses Kanals, solltet ihr jetzt auf jeden Fall abonnieren, denn so verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Sommerzeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!